Der hat eigentlich seine Karriere beendet und heute fängt es ja wieder an. Weil wir leider kein Traum haben, ist unser Ersatzhüter, der Victor Novic. Danke, Michael, für die letzten sechs Jahre bei uns und danke, dass du uns heute noch ausführst. Ein ganzes Präsent, mein Vorstand für dich. Danke, Michael. Das heutige Spielweg gelandet von Herrn Schiedsrichter Jojo Katawa, assistiert an der Linie von Herrn Thomas Kappler. So, nochmals danke, Michael, für die letzten sechs Jahre. Danke. Danke. Hurra! Gäste! Ich kann doch nette Gäste begrüßen, und zwar von der Firma Algebra Spielplatzbetreuung im 11.10. Ring für die Matchballspende. Anstoß wird durchgefüllt von der Geschäftsführerin Monika Brandenbauer. Anstoß wird durchgefüllt von der Geschäftsführerin Monika. Anstoß wird durchgefüllt von der Geschäftsführerin Monika. Anstoß wird durchgefüllt von der Geschäftsführerin Monika.